Morgen feiern wir unseren dritten Hochzeitstag. Wir fahren zu einem abgelegenen Haus, um endlich mal wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen. Wir haben beide anspruchsvolle Jobs mit verrückten Arbeitszeiten. Leider hat dies dazu geführt, dass wir noch immer nur zu zweit sind. Wir versuchen schon seit einer Weile ein Baby zu bekommen, aber unser Timing hat wohl nicht gepasst. Doch dieses Mal habe ich ein gutes Gefühl, dass die Dinge anders laufen werden. Dank Daisy konnte ich meine Eisprünge und Zyklen in den letzten drei Monaten genau verfolgen. Vielen Dank.